Er kommt, 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 er kommt! Scheiße, Digga! Ne, er steht, er steht, er steht! Okay, okay. Fuck, fuck! Nein, er kommt, er kommt, er kommt! Hallo, Freunde! Hallo, Freunde! Und herzlich willkommen zu einem erneuten Horror-Backrooms-Video. Ja? Leon, was passiert heute? Heute gehen wir ins nächste Level von Backrooms-Rack und versagen kläglich. Ja. 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 Und so ein Roboter verfolgt uns nachts. Ja, ja, heute sieht Sascha auch den Roboter. Ja, Mann. Falls ihr Bock darauf habt, lasst jetzt schon mal den Daumen nach oben da und... Abonniert uns. Genau, Freunde, viel Spaß! Viel Spaß! Und gerne eine Kanalmitgliedschaft für 4,99 Euro abschließen. Danke! In der letzten Folge waren wir in Level 0 und jetzt gehen wir in Level 1 rein. Alter, okay. Wir bleiben mal auf Größe Small, weil wir hatten es letztes Mal auch auf Small. Alter, das war schon groß genug. Und es war ja schon riesig. Peaceful-Modus nicht an. Okay, bist du bereit? Nee. Bist du bereit für eine Stunde? Alter. Eine Stunde purer Horror, Freunde. Ja, Mann. Okay, rein da. Auf diesem Kanal. Ja. Ja, guckt mich an. Okay, sorry. Ich bin hier raus. Ich bin wieder im Aufzug. Okay, sehr nice. Ist es bei dir auch so verzögert? Was? Wenn du läufst, dass er irgendwie... Finden sie einen Weg zu entkommen? Ach, scheiße. Alter, Digga, okay. Hier wird wahrscheinlich viel... Oh mein Gott, Bruder. Okay. Hab ich irgendwas... Ich hör direkt schon was. Warte, ich mach mal das Spiel leise. Nee, du... Das ist ein Spiel, wo ich so oft sterbe, ne? Ach, stimmt. Ich muss die Mikrofon-Dings ausmachen. Ach, du hast es komplett neu installiert, oder was? Ja, ja. Ich hab einen neuen Computer, Leon. Ach, stimmt, Alter. Alter, jetzt könnt ihr in 4K schauen, Freunde. Alter. Ich geh mal hier raus. Also, wir sind jetzt hier irgendwo. Ich geh mich raus. Rotes Licht? Warte, ich bin auch bei rotem Licht. Ist es so eine große Halle? Hallo. Ich glaube, ja. Leon, ich hab was gehört. Leon, da hinten geht irgendein Tor auf. Da hinten geht ein Tor auf. Hier, komm mit. Renn, renn. Da hinten geht ein Tor auf. Okay, okay. Hallo. Ich glaube, bist du das doch wirklich? Ja, ja, ja. Hey. Okay, Digga. Ich glaube, bist du... Hör mal bitte auf. Ein Tor? Oder war das mein... Alter, hör mal bitte auf. Oder war... Wieso flackert das Licht da hinten? Rechts? Ja, weil da das Tor aufging. Komm mal mit. Das meine ich gar nicht, das Licht. Ah, okay. Komm trotzdem mit. Ja, ja. Da flackert es auch, ja. Oder war das mein Aufzug, den du gehört hast? Schau mal da. Da ist es aufgegangen. Sollten wir da hin? Ich glaube, da steht jemand. Komm mal mit. Hör auf, hör auf. Schau mal hier. Es ging einfach... Wir sollten nicht zum flackernden Licht... Hier bin ich gespawnt. Okay. Und das Tor ist hier einfach aufgegangen. Gerade hier. Dieses Tor hier. Okay. Genau hier. Siehst du es? Hier? Da ist eine Hand am Elektro-Dings. Siehst du es? Ja. Das Tor ist aufgegangen. Sollten wir dann da durch oder nicht? Wollen wir mal gucken? Was müssen wir machen? Abhauen, gell? Stimmt. Da stand... Ne. Ich weiß es nicht, was wir machen müssen. Da stand was anderes. Ich glaube, Entkommere oder sowas, ne? Hieß es. Ja, abhauen. Also müssen wir tatsächlich abhauen. Ja, ich weiß es nicht mal, weil letztes Mal stand doch da, halten sie den Mund. Halten sie den Mund, Digga. Geil, Alter. Ihr wollt Backrooms. Ihr kriegt Backrooms. Ha. Okay. Boah, ich... Hä? Okay, ne, ich dachte... Leon, Leon, ich hör was. Bist du nicht alleine? Ich schwöre, da hat grad jemand gere... Hörst du's? Hörst du's? Versteck dich. Komm zu mir ins Eck. Okay, ins Eck. Alles gut. Hallo? Er kommt da hinten. Da hinten. Bleib einfach... Da war was, oder? Ja, ja. Da war was, oder? Ja, ja. Er kommt, 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 er kommt! Scheiße, Digga! Ne, er steht, er steht, er steht. Okay, okay. Fuck. Fuck! Nein! Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt! Oh nein, warte! Scheiße! Er hat mich, Bruder. Ich renne, ich renne. Ich renne. Ich renne. Bitte, bitte geh weg. Bitte geh doch. Er rettet der Herd, Digga. Scheiße, ja! Ich seh es! Nein, 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 nein! Du bist schneller, du bist schneller! Ich renne einfach, renne einfach. Du bist gut. Okay, er rennt dir nicht mehr hinterher. Sicher? Du verarschst mich doch. Renne aber weiter trotzdem. Er rennt dir aber wirklich nicht mehr hinterher. Okay. Renn weiter. Weiter? Wie wartest du dem Game? Ich spawne wieder. Ja, du... Irgendwann schaust du mir nicht mehr zu, sondern bist wieder im Aufzug. Hoffentlich zumindest. Weißt du, wo der ist? Wo ist der Aufzug? Ich weiß, wo zwei Aufzüge sind. Weißt du, wo das Tor war, wo der Typ grad kam? Bei dem Aufzug war... Ah ja, da bin ich dann. Sehr wahrscheinlich. Okay, ich bin wieder da. Ist er da? Sag, schau, ich will hier nicht alleine rumlaufen. Ich bin bei dem Aufzug. Ich bin jetzt da, wo du hingerannt bist. Bei dem roten Licht. Ah, okay. Hi. Moin. Okay. Was war das? Ich bin weg hier. Glaubst du, hier ist nur Bakteria oder kommt dir auch was Neues? Was denkst du? Hast du gesehen im letzten Video, was ich da gesehen habe? Nee. Diese eine Person, von der ich geredet habe. Weil ich schaue unsere Videos nicht. Ach so. Freunde. Was ist das für eine Tür? Hast du das gesehen? Alle TikToks, die du hochgeladen hast, sind doch von... Geh nicht ab. Nein. Sind doch von dem Video, oder? Ja. Weil da hat uns so ein Typ geschrieben. Christian Mustafa. Alter. Nein, der hat geschrieben wegen den Mortuary Assistant Videos. Ah. Das ist aber alles auch in dem Video vorhanden. Also... Ich öffne mal diese Tür. Okay. Nein, kommt ja. Spaß, Mann. Wie schnell er in diese Tür reingeht. Ein Versteckisraum. Ich höre echt was. Ich höre echt was. Ich höre echt was. Hörst du es? Was? Hörst du es? Da babbeln mal keinen Scheiß. Ja, in die Ecke mit dir. Wie in der Schule. Ab in die Ecke. In die Ecke. Weil du hast die Ecke berührt, das ist cool. Ich werde weggemacht. Ich spamm. Okay. Ecke berührt, ich bin cool. Lol. Du kannst mich einfach springen lassen. Ich habe gerade... Ich komme nicht mehr raus. Okay. Guck mal, hier ist ein Kumpel. Was hast du gehört? Ich habe irgendwie so... Gehört. Das war ich. Spaß, Mann. Okay, lass weiter. Jetzt höre ich nichts mehr. Okay. Was war das? Ich traue mich hier nicht raus, Bruder. Das ist schon... Hier ist noch ein Raum. Oh, komm mal hier rein. Komm hier rein. Komm hier rein. Okay. Ah, geil. Okay. Hier ein Ortungsgerät. Ich nimm das mal. Die sind wichtig. Äh, hier. Ja, Mann. Ja, Mann. Was kann man mit der Nachtsichtkamera machen? Und wie nimmt man die auf? Aua. Hä? Du hast mich gerade echt geschockt, glaube ich. Wenn ich zu nah bin? Oh, Alter. Hast du gerade zu schreien? Ich habe meine Soft... Nee. Ein Foto? Warte. Stopp. Ich will ein Foto machen. Okay. Da. Zack. Foto. Alter, danke, Mann. Okay, lass weiter. Jetzt können wir uns gegen die Bakterien verteidigen. Warte mal. Von wo kommen wir? Von links. Was war das? Hast du das gehört? Hörst du das? Ich bin weg. Von links. Wo ist links? Hier, gell? Hier ist... Okay, dann lass mal hier lang. Da war der Aufzug, wo wir gerade waren. Genau. Hier links jetzt ist... War die Bakterie zuletzt. Ja. Auf der linken Seite. Wir können uns da jetzt verteidigen. Komm doch raus. Wir haben keine Angst mehr. Da ist sie. Da ist sie. Oh mein Gott. Weg, weg. Denkst du, wir magst von dir? Scheiße, Digga. Lass mal ab. Ja, ja. Wo bist du? Ach, da. Ich glaube, die kommt gleich wieder, Digga. Komm mal hier lang. Wo bist du? Ich komme zu dir. Ich komme zu dir. Sehr süß. Komm, wir folgen dem Licht hier. Was war das? Ich höre was. Leon? Da ist die Bakterie. Sicher? Das ist die... Sie kommt, glaube ich. Da war sie gerade. Komm hier. Komm hier. Komm hier. Komm her. Komm hier. Ich glaube, hier kann sie uns nicht grabben. Oder? Was ist hier? Das sieht alles so... Digga, das ist mein neuer Studioraum. 100 Meter Decke. No parking. Hä? Guck mal, da sind Parkplätze an der Decke oder so. Alter, lol. Man darf da nicht parken. Das ist ne Dose. Hast du auch gerade diese Frauenstimme gehört? Ah, ich kann die Dose aufnehmen. Was war das? Ne, ich habe keine Frauenstimme gehört. Hä? Was machst du? Ich werfe... Ich werfe mir Zeugs um mich rum. Alter, da liegt... Hier? Da liegt ein Protein. Ah, das bist du. Alter, ich dachte gerade, was sind das für Geräusche? Das ist der Proteinriegel gewesen. Ich habe da ein M-Eck gefunden, Alter. Alter, Alter, ja. Von QSN. Warte mal, was ist denn hier im M-Eck? Oh, da ist ja ein Brötchen. Mh. Mh, ne, eine Brezel, eine Butterbrezel. Die muss ich... Ganz schnell muss ich da reinbeißen. Mh. Mh. Mh, Freunde. Mh, lecker. Hör mal. Mh, mh. Hallo? Mh. Glaubst du, wir sind hier sicher? Ich glaube, hier sind wir schon sicher. Was war das? Was war was? Hallo? Scheiße, ich kann hier nicht slappen. Ich wollte hier raus. Jetzt probiert das auch. Ne, lass mal weiter. Okay. Ich glaube, wenn... Wir unter diesem... Sind wir sicher? Wo wir gerade gekocht sind... Och, Digga, das sieht mir sehr suspekt aus. Ey, was ist hier? Eine Rampe? Alter Tony Hawk. Ich bin eine Rampensau. Ja. Was ist da rechts? Das sind so... Ich glaube, wir sind hier auf der richtigen Fährte. Ich glaube auch. Da flackert's. Wieso flackert's da? Was sind das für Räume? Scheiße, was war das? Ich hör was. Das hört sich gar nicht gesund an. Ich hör was. Wollen wir rennen? Wollen wir rennen? Oder... Nimm die Beine in die Hand. Nimm die Beine in die Hand. Scheiße, Digga. Guck mal. Hier sind Zäune. Das ist ein Labyrinth. Labyrinth. Oh mein Gott. Immer links lang. Ah, guck mal. Hier sind Pfeile. Ah, nee. Das ist ein Smiler. Leon, Leon. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Okay. Zack. Let's kick. Let's kick. Okay. Alter, komm mit. Oder? Wo bist du? Ah, ja. Hier. Ja, ja. Er lacht. Wieso lacht der? Oder war das was anderes? Was höre ich hier? Renn, renn, renn. Er kommt wieder, er kommt wieder. Renn, renn, renn. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, ja. Okay, ich... Okay, ich... Alles gut, alles gut. Bro, bro, lass einfach weiter weg. Lass weiter weg. Okay. Ja, aber wohin, Digga? Keine Ahnung, Bruder. Scheiße, Bro, scheiße. Scheiße, Digga. Es ist dunkel. Was machen wir jetzt? Das Labyrinth schaffen, hoffentlich. Wenn es überhaupt eins ist. Oder sollen wir abwarten in der Ecke? Ich weiß es nicht, Digga. Ich hab so das Gefühl, mein Stroboskop geht gleich... Ich... Meine Lampe flackert. Meine auch. Dass der kommt. Wir können auch kein... Da ist der Typ! Da ist der Typ! Was laberst du? Alter, ich hab den Typ gesehen. Nein, nein, sei ehrlich. Von letzter Folge. Doch, mit dem... Guck da! Da ist der! Siehst du ihn? Wo? Digga, der Po... Ah, der mit dem roten Kopf. Ja, ja. Das ist glaub'n Smiler... Leon, das Licht geht nicht mehr an. Das Licht geht nicht mehr an. Das Licht geht nicht... Okay, bei mir nicht. Der ist verschwunden. Ich hab ihn angeschaut. Ich hab's gesehen. Er war zweimal dort. Da ist er! Guck, da ist er! Digga, er kommt näher! Er kommt näher! Er kommt näher! Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Wieso lachst du? Mensch! Geh vor! Nimm ihn! Was machen wir gegen den? Nimm du ihn! Hör auf, hör auf, hör auf. Ja, sagst du, Digga! Spaß, Spaß. Was machen wir gegen den? Der steht aber an der gleichen... Er kommt, er kommt. Hörst du ihn singen? Er war rechts! Er war grad rechts! Ich spöre immer ein Psychospielchen! Scheiße! Scheiße, Bruder, scheiße! Leon, wo bist du? Wo bist du? Ich bin hinter dir in der Ecke. Ich hab kein Stroboskop, ne? Du guckst nach rechts, ich guck nach links. Da ist er! Und dann? Da ist er! Du musst ihn angucken. Er kann nix machen, wenn du... Da war grad ne Spur auf dem Boden. Leon, guck du nach links und ich nach rechts. Okay, nach links? Du hast gesagt nach rechts, Digga! Guck nach links. Guck nach links. Guckst du nach rechts? Nach links! Bro, ich weiß halt nicht, was der macht, gell? Der schaut uns einfach nur an. Wahrscheinlich kommt der im Dunkeln. Wenn du ihn anguckst, kann er nichts machen. Er verschwindet dann. Ich hoffe, ich hoffe. Oder nicht, dass wir mit dem Licht ihn anschauen müssen. Hast du noch so ein Licht? So ein Knicklicht? Leon, da hinten läuft irgendwas. Da ist er, da ist er, rechts, Bayer. Okay. Er guckt mich an. Okay, er ist wieder weg. Okay. Alter. Da ist er in der Mitte. Mitte, weg. Du musst ihn sofort anschauen, Digga. Der verfolgt uns. Ja, ja. Dieses Spiel. Verfolgt uns in unseren Träumen. Oh, der ist gruselig, gell? Der ist gruselig. Ich weiß halt nicht, was er macht, ne? Er kann auch einfach auf uns zurennen. Das ist der, der summt, glaub ich, ne? Hörst du ihn? Mhm. Ja. Wo ist er aber? Kann das Licht mal wieder angehen, bitte? Ich hab Angst. Was war das? Was? Ich hab gerade so einen Dick, 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 Dick gehört. Das bist du, oder? Da ist er! Da hinten war er. Wo, wo, wo? Links war er. Links. Okay, okay. 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 Bro, er ist in der Mitte gewesen. Wollen wir einfach losrennen. Was geht denn das Licht an wieder? Wir warten, oder? Ja. Oh, nee. Was war das? Was? Nutzt jetzt die Zeit Oh, da ist er Okay, okay, sehr nice Nutzt die Zeit, um meine Mitgliedschaft abzuschließen Ja, genau das wollte ich sagen Meine Lampe geht gar nicht mehr Guck mal hier, own, ja meine own Ich brä Wir müssen schnell neue Lampen Wenn er jetzt kommt Dann sind wir Oh scheiße, wieso flackert es hier Hier, guck mal Sind da so Kästen Ja, ja, komm rein, komm rein Okay, okay Ah, das ist unser Startgebiet, oder? Ja Oder hast du den Scanner noch? Ja Was war das? Alter, hast du es gehört? Wie lege ich die weg? Mit G G Wie in jedem Horror Spiel Nee, gar nicht wahr Mit Kuh wird immer weggelegt Okay, wir sind hier irgendwo neu Neue So wie Manuel Ich lass mal hier die Türen offen Weil hier sind wir, das ist eine Safe Zone Ja Jetzt die Frage, sind wir hier Okay, wir sind jetzt hier Aber sind wir hier auch safe? Ich weiß es nicht Wollen wir hier jetzt schon? Was war hier lang drauf? Okay Was war das? Ich will es gar nicht wissen, oder? Was ist hier? Hallo? Ja Ich hab halt gar keine Orientierung gerade Weil ich einfach nur Angst habe Ufo Alter Ufo 361 Alter, der wahre Hinten links flackert Ich glaub, wenn es flackert Kommt er Das vermute ich nämlich auch Wieso sollten wir dann zum flackernden Licht, Sascha? Gute Frage, Leon Hier kann man nichts machen Interessant Ich glaub, er kommt Ich glaub, er kommt Immer wenn dieses Geräusch kommt Dieses, gell Lass hier weg Okay Bist du auch da? Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt Wo, wo, wo? Oh scheiße, ja Es flackert alles, Digga Er ist weg Er ist weg, oder? Oder? Okay, er war also da Er ist nach rechts gelandet Er beobachtet uns Gelernt Gelernt Jetzt hab ich mal die Orientierung verloren Er ist rechts gelandet Ja, ich weiß auch gar nicht, wo wir sind Smiley Hier ist ein Smiley wieder Aber das ist ein anderer, glaub ich Ich glaub auch Wir müssen entkommen Was ist hier? Guck mal hier Das war so ein helles Licht hier Ja Was war das? Weiß ich nicht Hast du das gehört? Ja Warte, waren wir hier? Hier sind Türen, ja Die Türen sind offen Hier waren wir schon Das ist nicht das Startgebiet, ne? Das ist von grad eben Aber die Tür ist offen Da flackert's Okay Von hier kommen wir grad Ja, grad eben Ja, genau Lass mal Rechts sind wir schon langgegangen Wollen wir hier lang? Hier unten durch? Ja, okay Okay, ja Geht nicht Ah, scheiße Bin zu dick Ich auch Da hinten Lass mal hier lang Da ist ein grünes Licht und so Ich hab so's Gefühl Das Licht Oder blaues Licht Zu dem blauen Licht Zu dem Neon-Türkissen Ja, ja Lass mal da hin Oder hier Nee, oder? Okay Da waren wir doch grad Okay Das ist mit dem hellen Licht Ah, hier waren wir aber auch schon Bei Own Aber auch mit Türkis? Vielleicht Oh, weiß ich nicht, Bruder Ich glaube ja Aber ich glaub Von der anderen Seite kamen wir, oder? Ist das auf der Seite auch? Nee Okay, hier ist ein Eine, eine Aha, guck mal Ich kann die aufmachen Aha Weiter, will ich das? Da ist die Tür Ich glaub, der Ding kommt Ich komm hier nur hier rein Das ist wieder eine neue, gell? Ja Ah, okay Kann man zwei Taschenlampen mitnehmen? Wenn du einmal das Gerät wegschmeißt Die Frage ist Oh, ein, ein, ein Riegel Oh, eine Brezel, Freunde Hm Oh, geil Schau mich an, mein Freund Mit der Gasmaske Zieh mal an meinem Finger Was war das? Gefurzt Was war das? Okay, egal Scheiß mal auf die Geräusche Das ist ja alles nur AI generiert Ist das so? Hier plackert's Ich komm mal zu dir rein Weißt du was? Ich schmeiß kurz mal eine Lampe hin Leg hier ein grünes Knicklicht hin Achtung Arthur, wurde Genau Ja, das war schlecht geworfen So, von wegen, dass wir hier waren Genau Ich leg hier auch ein grünes Knicklicht hin Ich hab's schon gemacht Zwei Das reicht Ich nehm, ich nehm aber eine neue Lampe mit, glaub ich Damit wir safe sind Okay Gehen wir weiter Ja Oder kommen wir von hier? Hier kam wir nicht, ne? Nee, oder? Oder? Nee, ich glaube nicht Guck mal, hier eine Eins Nee, 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 nee Oha, guck mal Aha Ah, ein Code Eins, eins Oder? Da, da hinten ist die Station, Digga Ah, ja Eins, eins Oder sieben Nee, eins Was? Das Piep Das Da ist der Typ Da ist der Typ, deswegen Hinter uns, hinter uns Welcher Typ? Hinter, da Der Typ Meine Lampe geht nicht Leon Okay, ich hab dich gerettet, Digga Wo? Oh Okay, okay Komm her, komm her Nein Okay Schau dich doch mal an Ich mag die Soundkulisse hier nicht Danke Was? Wir haben eins, eins Haben wir Hier ist so ein Gerät Irgendwie Was hör ich hier? Oh, Digga Ach, das sind die Räder Von deinem Ding, Digga Hallo, Freunde Willkommen in der heutigen Folge Von Backrooms Rec Okay Mach ein Foto Keiner steuert Okay Okay Also, eins haben wir schon mal Eins, eins Wir müssen Generatoren erst finden, ne? Schalten wir die Generatoren ein Hier ist ein Generator Kannst du den direkt einschalten? Ja Echt? Der ist aber mit nix Aber der ist mit nix verbunden, gell? Ja, der ist mit nix verbunden Deswegen meine ich Er ist auch ein Generator Ich schalte den mal ein Ups Wie mach ich das? Wie mach ich das? Achso Du weißt es wirklich nicht Ne, ich hab's noch nie gemacht Oh, das waren schon die Generatoren Geil, Digga Okay, jetzt müssen wir nur Zahlen suchen Digga, guck mal Da sind ganz viele Zahlen nebeneinander Das heißt, wir haben es fast geschafft Vielleicht können wir das Spiel durchspielen Eins, eins haben wir, ne? Freund, jetzt sind wir die besten Backrooms-Spieler Besten Backrooms-Player Ähm Im Prinzip hinter uns Kommen wir dann nur Ah, guck mal, da ist eine Zahl auf dem Boden Soll ich schauen, was es ist? Wieso flackert hier alles? Was war das? Was ist das? Der, der tut Lach doch nicht, geh weg Hä? Sascha Der hat sich nicht effektieren lassen Von dem Der weint Alles gut, Bruder, alles gut Okay Nicht weinen Nicht weinen, bitte Scheiße Scheiße, komm, komm Geh weg, geh weg Er ist gegangen, glaube ich Hoff ich Wie so flackert das Licht hier so Okay, ich muss die Taschenlampe ändern Alter, ich dachte gerade, du bist der Typ Weil du so ein rotes Das ist ein rotes, äh, Gesicht Ja, was dumm Der Roboter Da ist er, da ist er, da hinten ist er Bro, Digger Scheiße, Mann Da hinten steht er Er guckt mich an Okay, okay Schau du ihn auch an Er geht nicht weg Muss wir beide schauen Er schaut dich an, glaube ich Ja Er hat dich angeschaut Alter, okay More scary, oder? Ja Was ist das? Was ist das? Wieso wird es rot? Bro, was war das? Was war das, Digger? Was war das? Was war das? Da war gerade so ein Ja, irgendwie sowas, ja Der Roboter Das ist gerade kein Spaß mehr Das ist jetzt gerade kein Spaß mehr Ich fühle mich gar nicht sicher Ich fühle mich auch nicht sicher Wo ist der Roboter? Diese Oh, diese Scheiß Generatoren Er ist neben dir Leon Der Roboter ist hinter dir Der war gerade da Der hat dich angeschaut und Gemacht Scheiße, Bro Bro, der kommt Der will nicht Scheiße, und jetzt? Komm, komm Der ist hier irgendwo, Digger Der macht Spiele mit uns Ja, ja Bitte, bitte Licht, geh an Da ist er, da ist er Da steht er Hey Okay, du musst Licht gegen ihn machen Nee, ich glaube, du musst ihn anschauen Der, der Wie hast du das gemacht? Bei dir ist überall Sehr nice, Digger Nee, nee Da hinten ist er Da hinten ist er Er schaut dich an Da, guck mal Da steht er Hallo Entschuldigung Nee Hey Nee, Sascha Nee Er kommt Er kommt Okay, okay Okay, Digger Hä, er lacht nur noch Hören Sie mal zu Das ist nicht witzig Was sie da machen, okay Mit dem ganzen Scheißdreck Hä, aber wir schauen ihn doch an Wieso geht der nicht Hallo Ja, ich glaube, ich werde sterben Hallo, ja Die Generatoranläge Besser platziert hätte man das nicht machen können Da hinten ist er Da hinten ist er Da hinten ist er Immer noch an der Gleis Er sucht, er sucht, er sucht Er findet uns aber nicht Okay, jetzt hat er dich Ich kann halt auch nichts machen, ne Jetzt ist er wieder weg Ja, ich habe ihn angeleuchtet Digga, es soll mal wieder hell werden Mach nochmal das Licht hier an Kann ich nicht Das geht immer aus und an Das flackert Das ist wie so ein flackerndes Licht Was war das? Weiß ich nicht Von links habe ich irgendwas gehört Alter, dieser Dude macht Rüstige Psychospe... Wir haben keine Angst mehr Da hinten steht er Doch Was ist das? Das ist ein anderes Geräusch Okay, sehr süß Es weg, es weg, es weg Boah, Digga Weißt du was? Alter, Alter, Alter Geh Digga Was? Ja, wir gehen Zahlen suchen Ja, ich nutze das Den Roboter Weil ich glaube, da kommen wir nicht durch Ah Hallo Deswegen müssen wir den nutzen Da, wo du vorhin nicht durchkommst Ich gebe dir Ich bin dein Bodyguard Gib mir Anweisung, wo ich lang muss Ich glaube, hier vorne muss ich Auf jeden Fall lang Ah, das heißt, ich muss zurückgehen Wo bist denn du jetzt? Also 1-1 hatten wir Hier... Ja, ich sehe das nicht Boah, was ist das? 6-3 Ja Was siehst du nicht? Achso, ja, ich habe eine Zahl gefunden Rote 6 Gelbe 3 Hi, ich bin bei dir Ähm Ja Und was ist, wenn ich jetzt sterbe? Guck mal, hier ist eine Zahl Dann stirbst du Das ist nicht die 1-1 1-1 Ja Ich glaube, dann sind hier noch Zahlen Komm mit Hier müssten Zahlen sein Piep Was war das? Hallo Roboter Hallo Oh, ich weiß es nicht Ja Ich gehe vor, okay Okay, Roboter Wieso bist du so schnell? Weil ich ein Mensch bin Sind hier Links Zahlen? Ja Kommst du? Oder? Roboter Ist das eine Zahl? Ja 1 und 4 Ah, 4 Oder 7 Entweder 1 oder 7 Ja, sieht ja nach einer 1 aus Eine 4, ja Ja, das ist eine 1 Okay, Roboter 1 und 4, was war es? 6 und 3 Ich glaube, wir können es jetzt schon hacken, oder? Ja, ja Sollen wir zurück? Weiß ich nicht Oder wollen wir es suchen? Ich fahre zurück Komm, wir suchen weiter Roboter Roboter Ich weiß aber nicht wo Roboter Ja Warte Ich Roboter Ja, ich bin wieder hier Der ist tot Der Roboter ist tot Hallo? Die letzte Zahl Die letzte Zahl ist Ah, ich kann dich sehen, wo du bist Ja eben Wo ist die letzte Zahl? Ne, es gibt noch Wir haben 3 Zahlen erst, oder? Wir brauchen 5 Ähm, im Prinzip Was war das? Scheiße, Bruder Ähm, wenn du Wenn du weiter nach In die Richtung gehst Ja, genau Weiter, weiter, weiter Genau so Und dann weiter Ja, ja, ja Du gehst in die richtige Richtung Jetzt rechts von dir, glaube ich Und dann müsste da eine Zahl sein Ich komme da nicht hin Ah Da brauche ich den Roboter Ah, okay Soll ich dich lotsen da hin? Soll ich mit dem Roboter herkommen? Ja Roboter! Ich höre was Ist das Problem Ich höre was Scheiße, ich glaube ich bin gleich tot Ja, dass der Sound kommt Ich gehe mal hier in den Panikraum Alles klar No, 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 no Wo bist du? Bro, ich glaube ich bin jetzt Mein Licht flackert Hier flackern über viele Lichter Ich gehe kurz in den Panikraum Okay Sorry Bin ich vor deinem Panikraum? Hörst du ein Piepen oder so? Ja Ja, du bist vor meinem Panikraum Und da musst du in die Lücken rein Rechts In die Lücken Hinter dem Panikraum Oder vor dem Warte, ich helfe dir Ich helfe dir Ich komme raus Die Muck ist weg Warte Moin Ich bin auch noch nicht tot Hi Hallo Roboter Hallo Du musst hier rein Warte, wo war das jetzt? Das ist scheiße, oder? Warte, warte, ich finde das Du hast gesagt Hier bin ich richtig Und hier kommen wir Guck mal, hier ist eine Zahl Ah, komm mit Roboter, komm mit Ich komme mit Ich drehe Hier, Roboter Ich bin leider nicht so schnell Hallo Ja, hallo Hier Du musst hier runter Okay Na los Tschüss, mein Freund Siehst du was? An der Wand 1 Rote 1 Gelbe 2 Und wo ist die letzte Zahl? Die ist in der Da, wo die mittlere Zahl ist Von den 3, die wir vorhin gefunden haben Aber noch weiter runter So gesehen Also 1 Warte Wir hatten 1 und 1 Glaube ich, oder? Genau Dann hatten wir An der 4. Position Ist die 1 Ah, auch noch Dann hatten wir eine 1 und 2 Hatten wir das schon? Dritte Position Äh 6 Ja Leon, Leon Leon, du wirst sterben Scheiße, ich bin tot Ich bin tot Ah Scheiße, ich bin tot Ich bin echt tot Meine Lampe geht nicht Scheiße, Digga, der rennt zu dir Der rennt zu dir Der rennt zu dir Er weint, er weint Ja Versteck dich hier irgendwo Ja, stimmt, Alter Sehr gut Scheiße, es fehlt nur noch Ja, ist er Siehst du ihn? Hast du ihn gesehen? Ja Da, wo er gerade lang gerannt ist Da ist die letzte Zahl Glaube ich Okay, aha Spaß, Spaß Chill erstmal Da war er Der sucht mich Ja Boah, er ist direkt davor Alter, er greift noch mir Er greift Er ist weg, oder? Ja Boah, Digga Okay, ich geh schnell zur letzten Zahl Ja Ich bin wieder im Aufzug Du kannst auch einfach den Code eingeben Und probieren Weißt du, was ich denke? Ich denke Okay, ich versuch dich zu finden Okay Ich kann dich finden Versuch du schon mal die letzte Zahl Alter, bist du weit weg Achso, ja Ich bin Ja, du läufst richtig Das ist die richtige Richtung Wo? Wo? Ich lauf gerade im Kreis Hier Falsch Okay Hier? Ja Ja Weißt du was? Ich geh jetzt zurück zum Terminal Ja Und versuch, dass du erstmal zu mir kommst Bevor wir beide drauf gehen Bin ich doch richtig? Warte Ich lauf erstmal zum Terminal Ich fühl mich nicht sicher Ich höre einen Piep Dude Dude Bin ich doch richtig, Sascha? Nee Ja doch Weiter, weiter Und jetzt lauf mal nach unten Also lauf mal nach links Bro, ich weiß nicht, wo unten ist Links Okay Stopp Stopp Lauf mal rechts Wie geht das, Digga? Was? Ich sag, lauf nach links Du läufst genau Okay, stopp Lauf mal Lauf mal eine andere Richtung Nee Nee Kannst du nur so und so lang laufen? Nee, und so Also jetzt bin ich alle Richtungen abgegangen Bei mir läuft das Ich höre was Scheiße Was? Scheiße Ich glaube Scheiße, da hinten ist er Ich habe keine Lampe, Sascha Ich habe keine Lampe Meine Lampe geht übrigens auch nicht Du weißt, was das heißt Achso Wir sind tot Kannst du mich lotsen vielleicht? Warte, ich suche gerade noch Eine funktionierende Lampe Achso Du musst jetzt eigentlich nur noch runterlaufen Sascha Aber was ist runter? Ich weiß So, ich laufe jetzt mal geradeaus Dann sagst du mir, ob ich links oder rechts lang muss Von mir aus gesehen Das sehe ich doch nicht, was von dir aus links und rechts ist Du bist bei mir einfach nur vier Aber wenn ich doch in eine Richtung laufe Wenn ich in eine Richtung laufe Okay Dann musst du doch wissen, wo links und rechts ist Lauf weiter Ja, ich laufe geradeaus Und in die Richtung, wo ich laufe Da ist geradeaus für mich Okay Bei mir läufst du gerade gar nicht Jetzt läufst du wieder plötzlich rückwärts Rückwärts Jetzt bewegst du dich gar nicht Hä? Jetzt läufst du wieder in die andere Richtung Das ist jetzt geradeaus? Das ist geradeaus Links Scheiße Bruder Ich glaube, wir werden gleich drauf gehen Jetzt bin ich links gelaufen Du läufst links Und es ist immer noch geradeaus Es macht alles keinen Sinn Ich glaube, das Ding ist kaputt Ich glaube auch Gibt es da ein neues Ding, was du nehmen könntest? Warte, ich habe doch auch so Ich habe jetzt ein Ich habe auch so einen Sensor jetzt gefunden Ohne Taschenlampe Bro, komm bitte Ich versuche mal Dich jetzt zu orten damit Ich glaube, ich weiß Ich glaube, ich bin gleich da Ich werfe jetzt ganz viele Knicklichter hier hin Damit, wenn es wieder dunkel wird Hallo, mein Freund Hi Ich habe eine Taschenlampe Sehr süß Alter Soll ich es probieren mit dem Code Oder sollen wir den suchen, den letzten Was meinst du? Wo ist denn der letzte Code? Ich weiß es nicht Wenn wir einfach nur in die Richtung laufen Weißt du was? Du hast eine funktionierende Taschenlampe Das heißt, du lotst mich jetzt Okay, scheiße Vergiss das alles mit dem Lotsen Lass mal ein bisschen warten Boah, Digga Das war eine richtig gute Idee mit den Knicklichtern Schau mal Da hinten ist der Typ Hey Wieder an der gleichen Stelle, Alter So, jetzt such ich dir mal ein Knicklicht Oh, er ist richtig nah Er ist richtig nah gewesen Gerade Scheiße, Bruder Ja, guck, da ist er Da ist er Hier in der Mitte bei dem Smiler Er kam dort nicht mehr hin Weil ich Scheiße Mach hier auch ein Knicklicht hin, bitte Ich habe keins mehr Scheiße Lalalala Oh, da war er wieder Einfach nur Schau einfach nur auf die Stelle vielleicht, oder? Vielleicht Okay Bitte Sicher? Nee Okay, riesig Scheiße Da ist er, da ist er Er kommt, er kommt Ah, ah, scheiße, Alter Scheiße Scheiße Er hat mich, er hat mich Was mach ich jetzt, was mach ich jetzt Ich bin tot, ich bin tot Da ist er, da ist er Da ist er, fuck, fuck, fuck Fuck, Bro, du musst schnell wiederbelebt werden Ich weiß, es geht nicht schnell Ich weiß, es geht nicht schnell, aber Da ist er, links ist er Nein, also Okay Ich glaube, du hast ein bisschen Links-Rechts-Schwäche Digga, da ist es Nein Hat er dich, hat er dich Nein, oder? Der Typ kommt Ah, nein, nein, scheiße, nein, was? Ich hab keine, keine Dinge, keine, sorry Nein Und der Typ noch, Digga, da lacht er einfach nur Och nein, wir haben es fast geschafft, Digga Hätten wir es nur ausprobiert mit den Codes Alter, das wird jetzt so ewig dauern Das geht schnell Ja, klar Wie war dein Jump-Scare, sehr ehrlich? Oder der ist einfach auf dich zugeraten, hat dich gefuckt Ja, genau so sah es aus Mit den Armen nach vorne, so Ja, genau Alter Zeit für eine Brezel Come to the Rainbow Ich will hier raus Scheiße, jetzt habe ich wieder diesen Bug Entwickler, wir haben hier einen Bug Okay, Bre, ich bin wieder am selben Spawnort Soll ich zum roten Licht? Ich bin bei einem Gate Ich habe Geld auch gemacht Aha, eine Attrappe Schick mir deine Koordinaten Okay Hier, hier ist glaube ich Ja, hier ist ein Raum Was für ein Raum? So ein Ein Raum, wo Materialien drin sind Aha Ich kann dich jetzt suchen Oder finden Also suchen und finden Hoffentlich Ich bin ja auch bei Räumen mit Materialien Ich komme mal zu dir, okay? Oder wollen wir gleich einfach den Ding suchen? Was war das? Ich würde halt gerne mit dir rumlaufen Ich weiß, dass du sonst Angst hast Ich komme jetzt zu dir Du läufst mal weiter weg von mir Nee, ich komme auf dich zu Du läufst weiter weg von mir Ich bin gerade am stehen Du läufst weg bei mir Ist das verbuggt bei dir? Dann komme ich mal zu dir Digga, wieso ist es hier so dunkel? Sache ist, hier kann ich nicht nach rechts Warum flüsterst du? Weil ich Angst habe Was hast du wirklich Angst? Ich bin jetzt bei dem Neon-blauen-Own Ja, ich bin gleich bei dir Aber Leon Boah, was hast du wirklich Angst? Was war das? Äh, hier kommt was drauf Er kommt, er kommt Renn, renn, renn Okay Die Frage ist doch, wohin rennen wir? Ich war bei irgendwelchen Gates Müssen wir da durch, durch die Gates Um zu diesem Eindruck zu kommen? Komm hier rein, komm hier rein Okay Ich dachte eigentlich, du machst die Tür zu vor meiner Nase Nein Okay Warum sollte ich sowas tun? Hä? Hä? Das klingt so billig Ich hab in die Enke Er ist vor der Tür Ähm Nein, hier ist niemand da Lass uns Mach nicht auf Öffne niemals diese Tür Okay Okay Wir müssen halt diesen Raum finden, ne? Ja, eben Keine Ahnung Eigentlich ist es nicht einfach Äh, eigentlich ist es nicht einfach Gibt es da irgendein Anhaltspunkt, wo wir lang müssen? Ja, Gitter Wir brauchen diesen langen, großen Raum mit den Zäunen Woaus Ich glaube ich kam dann aus der richtigen Richtung Okay, dann lass da hin Dann lass mal Warte, können wir hier durch? Ja Ich glaube nicht, ne? Doch, können wir Aber nicht dort durch Ich glaube wir müssen nach links Nach links, okay Sicher? Ja, okay, lass da schauen Nee, nee Wenn du sagst Nach links jetzt, oder wie? Ah ja, das sind, das sind Gitter Okay Ähm Und dann? Wahrscheinlich ganz da hinten Hier sind auf jeden Fall nochmal Dinge Räume Aber egal, ihr scheißt mal auf die Räume Okay, jetzt schaffen wir es Hoffentlich, Digger Äh, äh, rain Was war das? Digger Von hier kam ich irgendwo Lass mal noch weiter, weil da waren zwei Gates, die man öffnen konnte Ist das real? Ja, Freunde Ist das real? Ich glaube die Lichter gingen gleich aus Was macht man gegen diesen einen Typen? Er zerhackt dich Da ist eine Zahl Äh, drei, sechs Ich glaube die Zahlen sind dieselben Position drei ist die sechs War das letztes Mal nicht auch so? Ich weiß es gerade nicht mehr Da hinten flackert Ich gehe mal weg vom Flackert Ah, guck mal Guck mal hier sind Ist hier nicht so ein Generator? Oh ja, Kabel Vielleicht wenn wir dem folgen Kabel, yo Ich glaube da hinten ist es Da ist es, ja Kabel, yo Hast du noch die Zahlen, Digger, im Kopf? Sechs, drei, eins, eins Vielleicht stimmen Ich suche mal weiter nach Zahlen Ich mach die Generatoren an Generator Scheiße, Digga Diesmal sind die Generatoren Wir hatten Glück Wir hatten, ja Wir hatten richtig Glück Okay, ich mach die Generatoren an Soll ich es mal probieren Mit den Zahlen Weil das war glaube ich Eins, 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 zwei Ich hab ne Zahl Und Äh, bei Position zwei ist vier Ah, okay Dann ist es anders Da ist noch ne Zahl Bei Position Null Ist ne zwei Scheiße, Bro Scheiße, Bro Es kommt jemand Ja Wo aber Bitte nicht zu mir Es war sechs, drei Da kommt, da kommt Da hinten rennt er Okay Okay, ich kann nicht beschützen Wenn du Irgendwas brauchst Hast du ne Taschenlampe? Ja Sie geht auch Okay, sehr gut Okay, ey Wovor hab ich Angst Was war's? Äh, null, zwei Null, zwei Sechs, drei Und das andere Aber warum null? Das andere Ja, null ist die erste Position Äh, zwei, vier Also An Position zwei ist ne vier Nee Ah, doch An Position Also an Position drei ist ne sechs Ne Und an Position eins Also null Ist ne zwei Digga Digga, was war das? Okay, falls ich jetzt draufgehe Ich überlasse den Ich geh mal zum anderen Generator Okay Sicher? Okay, ich hab den Generator gefunden Ich überlasse den Alter, hier Hä? Jetzt hier schnell Para machen Mit YouTube-Klicks Ja Ich geh mal zum anderen Generator Okay Der erste ist andere Es sind ja nur zwei Sechs, drei Das ist hier die Wir brauchen eigentlich nur noch eine Zahl Gell? Dann haben wir's Wenn du ne Zahl findest Dann können wir raten Wir brauchen fünf Zahlen insgesamt Wir haben jetzt schon drei Ja Findest du eine Zahl Alter Vergiss alles Was du über Horrorspiele weißt Und damit herzlichen Zu Mythenakte Ich komm mal zurück In der heutigen Folge Mythenakte Reden wir über Rebecca Brown Das Rebecca Brown Das fragen viele Was viele nicht wissen Okay, Bro Ist das Rebecca Brown Sascha ist Scheiße Scheiße Okay, ich hab hier einen Safe-Raum Ich geh in den Safe-Raum rein Ich geh auch in den Safe-Raum Ich hör vor, der passt uns Im Safe-Raum Das weiß man halt nicht, ne? Ich kann Ich hab Knicklichter im Safe-Raum Okay, bei mir ist safe Stimmt, stimmt, stimmt Er ist da Er ist da Kann der Türen öffnen? Bruder, Bruder, ich weiß Oder der ist Alter Nee, ich hör den Ich hör den Dings Ich hör alle beide Ich hör den weinen Und singen Ich hör nur den weinen Aber richtig nah Keiner liked uns In den Videos Niemand abonniert Sascha und Leo Okay, der kommt rein In die Räume Der, der Du musst rennen, Digga Du musst irgendwie wegrennen, Bro Der wird kommen Der Spot einfach geht sofort auf dich los Nein, Digga Wir sind so weit Du darfst jetzt nicht sterben Ich Ich versuch's Ich hör ihn Ich hör ihn aber Hast du das Licht angehabt? Ja, alles Äh, nee, Licht Anhatte ich nicht Lass es an, das Licht Er ist da Scheiße, Bruder, Alter Das bringt dir einfach auf mich zu Scheiße, Bruder Okay, ich hab dich richtig erschrocken gerade Alter, was? Scheiße Digga, wir schaffen das niemals Doch, doch, wir schaffen das jetzt Komm Komm Alter, wir waren so knapp Dran Ja 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 Ah, ja Ja, stimmt Buck 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 Kuchen Die Brezel hat gerufen Ich komm nicht raus Ja, finden sie einen Weg zu Halten sie den Mohn Ah, Mann Dieser rote Typ, Alter Der versäumt uns jedes Mal Der vermasselt uns Die ganze Party Halten sie den Mohn Okay, Bro Bro Ich glaub Ja Boah, ich dachte gerade Ich hab jetzt Angst vor dem Mohn Halten sie den Da steht's Halten sie den Ja, ja, eben deswegen Okay, Bro Ich bin da Was, Bruder? Äh, Position 1 ist 1 Oder 7 Also Position 0 ist 1 Was? Von den Zahlen Position 0 ist 1 Wieso hast du denn 1 und 7 gesagt? Also 0 Weil ich Da stand eine Zahl 0 und 1 Ja Und Position 1 ist 4 Okay Okay, ich guck mal Dass ich die Generatoren anbekomme Und du suchst so ein Ding Dass du mich finden kannst Ja, ja Ich such so Räume Ich hab Räume gefunden Nice Taschenlampe und Okay, zwei Zahlen haben wir schon Digga Das mit der Speedrun des Jahrhunderts Bro, da ist einfach Äh Hier ist ein Generator Soll ich ihn anschalten? Ich Oh, Scheiße Bakteria Hä? Maleria Da ist er Ah ja, ich bin bei dir Weg mit dir Weg mit dir Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Ich kann nichts machen Renne einfach Renne Okay, okay Was war denn mit dem? Er ist da Leon Scheiße, er ist hinter dir Er hat mich Wieso geht er auf mich? Digga Er war hinter dir Hört mich auf! Hä, was? Was war das? Warst du mich? Ich schwörs dir, Digga Hä? Okay Was war das gerade? Was war das? Der hat uns einfach den Speedrun kaputt gemacht Fuck Alter, was? Ich sag doch Wir schaffen das nicht Wir schaffen das Freunde, eine extra lange Folge für euch heute Wir schaffen das Seid ihr Seid ihr Glücklich? Leon, wir schaffen das jetzt Ist deine Brezel Alter, ich hab hier noch Poster-Eier Die muss ich gleich verspeisen Wie ein König Okay, ich hab direkt so einen Raum Ich komm zu dir Wenn niemand weiß, was das ist Das ist die Taddeus-Lache Bro, ich hab einen Generator gefunden Abgeschlossen? Ist eine Tür abgeschlossen? Hast du gehört? Ja Erster Generator ist Am Ich folg dem Kabel Kabelio-Salat Kabelio Okay, Bro Zwei ist neun Okay Ich hab eine Zahl gefunden Hä? Mein Gerät geht nicht Mein Scanner Ah, jetzt geht's wieder Was war das? Hä? Mein Gerät Ich komm mal zu dir Brillen von Cartier Okay Okay, Nummer 0 ist 1 Stark Schon zwei Zahlen Ein Generator ist an Ich bin an der Station Ich nehm direkt zwei Taschenlampen Digga Ah, geht nicht Nummer 4 ist 8 Wir brauchen nur noch eine Zahl Ich mach den Generator an Den nächsten Okay? Ja Okay Vielleicht find ich ja noch ne Zahl Ich hab noch ne Zahl Nummer 2 Nummer 2 Das hab ich schon gesagt Ah, okay Echt? Das hat mir vorbeigerannt, ja? Lol, Digga Wieso nimmst du den Generator dann nicht? Ich hab den Ich wollte einfach Ich hab einfach nur vorgelegt Dich zu finden erstmal Ich bin jetzt bei dem Bei dem Licht auf jeden Fall Ich geh zu dem zweiten Generator Bei dem Piep Soll ich schon mal die Zahlen rein? Ja Kann ich noch nicht Kannst du noch nicht Erst wenn der Generator Ich bin beim Generator Aber das Licht flackert Er ist bei mir Er ist bei mir Ich renne einfach weg Du hast ne Taschenlampe, oder? Ja Aber sie hat ja letztes Mal nicht funktioniert Ich muss einfach weg von diesem flackerten Licht Bis es aufhört zu flackern Hör mir zu Dein Weinen bringt nichts Hä? Sie hat dich verlassen Aus gutem Grund Weil du ein Waschlappen bist Du hässlich bist Du brauchst nicht weinen Geh ins Fitness Guter Tipp aber So flackert jetzt bei mir alles Aha Du zeigst erst bei dir Nee Jetzt nicht mehr Ich hör irgendwas Ich weiß nicht was Oh ja Doch Es fängt an richtig zu flackern Ist er noch da? Okay er ist weg Er ist weg Nee Jetzt nicht mehr Okay Ich schalte den letzten Generator an Zack 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 Sehr schön Okay Bro Bei dir rechts ist ne Zahl Aber das war die eine oder? 1 Ist es die? Position 1 0 1 Nee 1 1 Ah Ja geil Perfekt Haben wir's jetzt? Ich glaube Warte Äh Ich geh an den Dings Position 0 war 1 Position 2 ist 9 Nee Position 1 Muss es dann sein Ja Position 1 war 1 Position 2 war 9 Also Position 3 in dem Fall 3 haben wir nicht Naja Und 4 haben wir Auch nicht Oh ok Digga 7 8 Wollen wir diesen Hack benutzen? Ja Hab schon gemacht Wir haben ihn benutzt Freunde Alter ich hab doch gesagt Wir schaffen es Die andere Position war 2 Alter ja Während du 5 mal gesagt hast Wir schaffen es nicht Wir schaffen es nie Wir schaffen es alles nicht Sascha Wir dürfen nur nicht drauf gehen jetzt Wir schaffen es niemals Wir schaffen es nicht Bra mal auf man Wir schaffen alles Geht die Tür bei dir auf? Nee Bei dir? Nee Was sind es für Geräusche? Hier kommt was gerannt Sie geht auf Sie geht auf Sie geht auf Komm rein 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 Bei mir ist sie nicht Komm rein Lauf einfach durch Ok hat geklappt Ok sehr nice Wir haben es geschafft Der Sprung Schau mich mal an Main objective Hallo Alter wie kribbelig Mit den Händen gell Mit den Händen Er schläft da Ok lass einfach raus Lass einfach raus Abgeschlossen Entschuldigung Ich dachte ich kann sie eintreten Mit Ruhe Ja wir haben es geschafft Jetzt kommt gleich der Screener Dass wir Gefailt haben Aber wir haben es geschafft Bist ihr sicher Oder haben wir es noch nie geschafft Doch doch Schreib es mal in die Kommentare Müssen wir noch was finden Damit wir den Schlüssel irgendwie Nein Weil vorhin war eine Tür auch abgeschlossen In Vielleicht ist sie irgendwo ein Schlüssel In der Wäumlichkeit Ja vielleicht irgendwo im Das macht doch null Sinn Digga Wenn da steht abgeschlossen Ok die Tür geht jetzt zu Bup Bup Ja Lass mich raus Bitte Ja 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 Hm Revive Man kann reviven Echt Aber wie denn Digga Man ist sofort tot Wenn man shoppst Ah Vielleicht kannst du meine Leiche dann wiederholen Weißt du Dass ich dann da ist Aber wir haben es geschafft Oder Da steht Wartender Host Das steht bei mir einfach Restart oder Beenden Ok Ich glaube Also ich würde sagen Wir haben es geschafft Ja Ich würde es auch sagen Was würdet ihr sagen Freunde Schreibt sie jetzt in die Kommentare Ja Escape from Level 1 Small Wir haben es geschafft Ja gut Freunde Der Steam hat gesagt Wir haben es geschafft Ja Alpha Version Ja man Falls ihr Lol Da gibt es zwei Lobbys Chinesische und russische Lobbys Geh mal auf Lobby Lass mal rein Wollen wir mal rein Nee lieber nicht Digga Nee lieber nicht Digga Ähm Wenn ihr das nächste Level auch noch sehen wollt Level 2 Dann schreibt 2 in die Kommentare Ja Find ich gut Und lass den Daumen nach oben da Freunde Und abonnieren Ciao 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 Bis zum nächsten Mal.